Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Starfield mit mir, den Pirates. Wir sind immer noch hier unterwegs und wir sind da, bei der Crimson Fleet jetzt dabei. Und heute reden wir auf Europa, ja genau, auf Europa, das ist kein Scherz, das steht sogar hier, auf Europa mit der lieben Astraea. Und werden Crimson Fleet in Filden hier noch wahrscheinlich. Na, mach. Mach auf! Ich bin selbst gespannt, ich bin selbst gespannt. Vielleicht wird hier. Gut, einmal hier lang. Zack. Boah, wie cool. Nice. Okay. Und wir heben ab. Und wir gehen ab. Ja, jetzt. Falsche markiert. Und auf nach Europa. Europa, Alter, das ist auch so ein Name. Das hat Adler gesagt. Ich dachte, ihm wäre das herzlich egal. Du bist witzig. Und ich mag witzig. Merk dir das. Also, bevor ich dich ranlasse, legen wir alle Karten auf den Tisch. Keine Ahnung, ob Adler es erwähnt hat. Und ich hoffe für ihn er hat es nicht. Aber du schließt dich hier nicht irgendeiner Piratencrew an. Du schließt dich der Crimson Fleet an. Also, falls du die kleine Aufgabe überstehst, die ich für dich geplant habe. Ein medizinisches Versorgungsschiff namens Regana springt in den Orbit von Enceladus. An Bord findest du einen Verräter namens Austin Rake. Ich will ihn tot sehen. Hm. Das ist so gut wie erledigt. Erledigt ist es erst, wenn Rake nicht mehr atmet. Ja, so gut wie. Wenn er mir zugehört ist. Und lass mich nicht zu lange warten. Nein, nein, nein. Ne, Gott, komm. Oh, willst du Austin Rake tot sehen? Rake hat früher zur Fleet gehört. Scheiße, ich hab überhaupt erst für ihn gebürgt. Damals hatte er noch einen anderen Namen und eine andere Identität. Hat auch tonnenweise Credits reingebracht. Es war alles prima, bis er raus wollte und abgehauen ist. Und niemand. Ich meine, niemand haut von der Fleet ab. Ja, ja, wohl schon. Wie kannst du dir sicher sein, dass Austin Rake auf der Regana ist? Ich beobachte Rake seit Monaten, auch wenn er mir das ziemlich schwer macht. Er wechselt so oft seinen Standort und seine Identität, dass es mich ein Vermögen kostet, ihn zu verfolgen. Aber weißt du was? Es ist jeden verdammten Credit wert. Er hat mich vor Delgado bloßgestellt. Und ich hole mir seinen Kopf. Auf einem Pfahl. Ich will ihn eigentlich leben lassen. Auf einem Pfahl. Ich hatte es befürchtet. Wir sind nicht für den Kampf ausgerichtet. Okay? Was genau willst du? Die Fleet will Rake tot sehen. Ich will an Bord kommen und besprechen, wie man ihn verschonen kann. Eigentlich ungern. Aber ehrlich gesagt, wäre es so sicherer für uns. Okay, du kannst andocken. Dann unterhalten wir uns. Okay. Tut mir leid. Ich will ihn nicht töten. Ungern. Ich will ihn ja nicht töten. Denn wir sind ja nur undercover. Wir sind nur undercover. Insofern. Als undercover. Als undercover Agent. Das ist ja meine Pflicht. Oh Gott. Ganz ruhig. Jetzt denkst du dir mit deinem Brotmesser? Meinst du wirklich? Schwierig ist die Chance. Oh Mann ey. Also zwei mit Brotmesser. Drei mit Brotmesser. Einer mit einer Schusswaffe. Der meint mit seinem Laser besonders gruselig zu wirken. Und der nächste, der irgendwo in die Ecke steuert. Ja, ist er doch. Er hat doch einen Knall. Ich weiß nicht, warum du hier bist. Hättest du uns töten wollen, wäre das von deinem Schiff ausgegangen. Wäre es um unsere Fracht gegangen, hätten wir sie abwerfen können. Ich bin wohl einfach mal still und lass dich reden. Ich will nicht, wer... Ich weiß nicht, wer über Funk zuhört. So ist es sicherer. Stimmt. Und das heißt, dass irgendjemand nicht wissen soll, was du wirklich treibst. Kannst du jetzt bitte sagen, was das alles soll? Ja, mein russischer Freund. Die Fleet will Rack tot sehen, aber ich will die Sache ohne Gewalt lösen. Du hast wirklich keine Ahnung, wer von uns Rack ist. Und das scheint dir auch egal zu sein. Ich glaube, dass du ihn eigentlich retten willst. Okay. Ja. Ich habe eine Idee. Wir streichen seinen Namen von der Passagierliste, als wäre er nie an Bord gewesen. Wir lassen ihn beim Andocken auf dem Schiff und bringen ihn dann zu einem anderen Hafen. Liefert ihn, ähm, der Sis-Dev aus. Wenn die Fleet von diesem Dealer fährt, sind wir beide in Gefahr. Wir wollen nichts mit der Fleet zu tun haben. Siehst du? Ist das okay für dich, Austin? Habe ich eine Wahl? Sieht nicht so aus. Dann sind wir uns einig. Du gehst zurück auf dein Schiff und wir sorgen dafür, dass Rack nie auf unserem war. Und falls deine Bosse misstrauisch werden hier, wir hatten noch eine zusätzliche Kiste Material, falls eine beschädigt wird. Das sollte beweisen, dass du nicht zum Pfeilchen hier warst. Hm. Wir werden also Austin Rack. Warte mal, Austin. Ich tötete zwar gerne, aber nur die Bösen. Bis dann, Leute. Nee, unschuldige tötete ich nicht. Das sind ja letztendlich nur so ein Jezin-Männer. Und wir töten keine Unschuldigen. Das... Das soll das Gesetz in die Hand nehmen. Die ihn da verknackt, das ist nicht mein Problem. Gött, bis dann. So. Wir haben es geschafft. Easy. Zum Milita reisen. Das ist schon... Was soll ich denn da machen? Ich bin einfach gleich beballert. Ach, Leute. Jujo. So. Geh. Och, Leute. Immer von hinten. Eie, das ist so bescheuert. Ja, jedes Mal. Immer von hinten. Ah. Hey. Oh. Ah. Oh. 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 aber niemand lesen die sparen kann ich jetzt nicht weil zu wenig schütze sehr schön okay zwei korte schild oh mein gott Ah. Zack. Ruf die Estrea. Okay. Natürlich. Dann können wir feiern gehen. Naja, ne? Würde ich auch ganz gern. Obwohl ihr von der... Von Ekliptik angegriffen. Weißt du was? Ich habe keine Ahnung und das frustriert mich extrem. Naja, kann schon sein, dass jemand angepisst ist, weil ich ihn mal abgezogen habe. Aber da ist die Auswahl endlos groß. Okay. Ähm, Arthur Rake ist tot. Die Ragan hat überlebt. Yes. Easy. Natürlich. Oh, danke. Wenn du es verboxt und ich dann wie eine Idiotin dastehe, hitze ich dir jemanden auf den Hals. Klar? Das ist die beste Entscheidung, die du je getroffen hast. Ach ja? Der letzte, der das gesagt hat, war Rake. Du hast dir also jetzt schon dein eigenes Grab geschaufelt. Wo du jetzt weißt, was Sache ist, zeige ich dir, worauf du dich eingelassen hast. Ich schicke dir den Standort unseres Hauptquartiers im Crick-System. Die Spacer nennen es den Schlüssel. Die Fleet nennt es ihr Zuhause. Flieg hin, sobald du kannst. Lass mich nicht zu lange warten. Nö, nö. Okay, er stellt der, der Wengel ins Bericht. Turm trifft König. Nein, ich würde sagen. Ich hab's geschafft. Ich bin drinnen. Wuh. Und dabei bin ich bis... Habe das bisschen... Nö, wir flogen gar nicht. Ah, ich geh gleich weiter. Und anlocken. Siehst du, wir haben keinen getötet. Einsteigen. Ah. Kommandor Ikande will dich sehen. Komm mit. Naja, ja. Ich hatte einen Freund auf der Ragana. Ich hoffe, ich seh ihn beim nächsten Landurlaub. Ah, okay. Warum muss ich dir denn jemandem erfolgen? Für die zwei Meter. Erzengel soll mal für eine Strecke halten. Wir haben die Nachricht der Ragana wegen Austin Rake bekommen. Er wurde unbemerkt an einem anderen Hafen abgesetzt. Er wird sich für einiges rechtfertigen müssen. Kriegt man aus Rake vielleicht Informationen, wenn er ihn flieht raus? Wir arbeiten daran. Aber er scheint nicht viel zu wissen. Als Köder ist er vielleicht nützlicher. Wir behalten ihn vorerst in der Arrestzelle. Vielleicht kannst du ihn dort mal besuchen? Er freut sich sicher, dich zu sehen. Schön, dass er sich ergeben hat. Ich wollte ihn jemanden töten, ob unschuldig oder nicht. Gute Strategie. Zu der Rolle, die du spielst, gehört es auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Denk nur daran, nicht zu sehr in der Rolle aufzugehen. Nein, kein Problem. Keine Angst. Ach, eine Sache noch, bevor wir weitermachen. Volle Transparenz. Wir waren es, die Ekliptik für den Angriff auf Nevers Schiff angeheuert haben. Oh. Nach der Sache mit der Ragana gab es die Sorge, dass du Probleme haben könntest, dir Nevers Vertrauen zu verdienen. Indem du sie gerettet hast, konnte das verhindert werden. Hm, das war eine Ekliptik für die Methode, um Nevers Vertrauen zu gewinnen. Ah, du hast also gute Neuigkeiten. Hat die Flie dich aufgenommen? Scheinbar habe ich den ersten Test bestanden. Dann hat es geklappt. Du bist drin. Klingt, als würde alles laufen wie erwartet. Jetzt ist Zeit für die nächste Phase der Mission. Unsere Infos zu Saoirse waren korrekt. Nachdem wir von deiner Interaktion mit Adler-Camp erfahren hatten, haben wir dein Treffen mit Neva Mora überwacht. Unseren Akten zufolge ist sie die Nummer zwei. Wenn du dich also mit ihr gutstellst, bist du in der Crimson Fleet. Was weißt du über Neva? Ihre Akte hat ungefähr das Volumen von Sol. Sie hat jung angefangen als Straßenratte in Neon und sich bis zur Nummer zwei hochgearbeitet. Sie ist knallhart. Du darfst sie auf keinen Fall unterschätzen. Das trifft alles nach Plan. Ja, du hast deinen ersten Test bestanden und lebst noch. Aber bevor wir uns zu früh freuen, entweder hat sie keinen Verdacht geschöpft oder sie will später ein Exempel an dir statuieren. Vergiss nicht, dass du es mit gnadenlosen Kriminellen zu tun hast. Sei vorsichtig. Und sie sind sogar noch gerissener, als sie gnadenlos sind. Du solltest Vorsicht walten lassen, auch wenn du noch so überzeugt bist, dass dir keine Gefahr droht. Also, was hat Neva als nächstes mit dir vor? Ich habe die Koordinaten der Basis der Crimson Fleet erhalten. Hervorragend. Wenn du zum Schlüssel fliegst, wirst du wohl bald Delgado kennenlernen. Delgado ist der Anführer der Crimson Fleet. Ich habe hier ein Profil mit ein paar Hintergrundinformationen. Du musst die Eigenheiten sämtlicher Mitglieder der Fleet kennen. Besonders aber die von Delgado. Wie dem auch sei, nachdem du jetzt zur Fleet gehörst, operierst du unabhängig. Irgendwann beginnen wir, dich näher zu beobachten. Aber vorerst müssen wir Abstand halten. Vor allem auf dem Schlüssel. Das verschafft uns auch die Zeit, unsere Verteidigung zu stärken, sollten wir die Fleet bekämpfen müssen. Apropos, sollten wir damit beginnen, das Schild-Upgrade zu implementieren? Unverzüglich, Lieutenant. Die Techniker und die Crew müssen benachrichtigt werden. Ich hoffe, durch deine Aufnahme in die Fleet sind alle möglichen Zweifel bei dir ausgeräumt. Ich bewerte unsere Erfolgschancen nun definitiv höher. Gute Arbeit, weiter so. Wir erwarten weitere Berichte. Wegtreten. Ne, und? Die erste Mission und keine Opfer. Easy. Nice. Ja, kein Problem. Puh, das war... Das ging gut. Das ging easy. So, dann möchte ich... Jo, ne, ne. Naja, die meisten, die meisten, die meisten. Wo ist denn da, unser Freund? Wenn du uns Piraten bringst, nehmen wir sie dir gerne ab. Willkommen. Als SIS-Dev-Mitglied steht es dir frei, mit den Gefangenen zu reden. Solange du nicht die Sicherheit gefährdest. Ich habe nur eine einfache persönliche Regel. Beachte zu jeder Zeit die Hygienestandards der UC Navy. Das bedeutet kein Dreck an den Stiefeln, gründlich gewaschene Hände und keine ansteckenden Krankheiten. Tut mir leid, ihr das seien zu müssen, ne? Ich bin ein kleiner Schmutzfink. Ah, du musst dann wohl Commander Ikandays Malwurf sein. Mangelnde Hygiene gehört also zu deiner Tarnung. Tja, dann gilt meine Regel wohl nicht für dich. Missbrauche dein Privileg, aber trotzdem nicht. Gab es Probleme, Austin Rake festzunehmen? Nein, der Gefangene ergab sich freiwillig, gemäß deiner Abmachung. Dürfte der sicherste Ort für ihn sein, wenn die Fleet ihn tot sehen will. Du solltest mit ihm sprechen. Er hat bestimmt eine Menge zu erzählen. Braust als Arrestoffizier, als Braust als Arrestoffizier, was von mir? Ja, ich müsste dich um ein Gefallen bitten. Soweit ich weiß, beinhaltet ein Undercover-Job einen Besuch im Hauptquartier der Fleet. Dem Schlüssel. Falls du dort irgendwas findest, das mit der Geschichte der Fleet zusammenhängt, würde mich das sehr interessieren. Ein ziemlich ungewöhnlicher Bitte, Officer. Von unserer Seite war seit Ewigkeiten niemand mehr im Schlüssel. Als Geschichtsfreak will ich einfach mehr erfahren. Ähm, ich halte die Augen auf. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe Gerüchte über Audiologs eines Interviews gehört, dass der Gründer der Fleet, Jasper Criggs, auf dem Schlüssel gab. Mich interessiert alles, was er über seine Zeit im Gefängnis und die Behandlung der Gefangenen zu sagen hatte. Falls du etwas derartiges findest, bringe es hierher und wir hören es uns an. Hm. Warum fasst sie nicht die Geschichte der Fleet so? Die Fleet und die UC sind miteinander verflochten. Die Vergangenheit zu kennen ist ein wichtiger Teil unseres Jobs. Die Geschichte kann uns als Leitfaden, Warnung oder Spiegel dienen. Und wenn du wissen willst, was davon zutrifft, musst du ihr ins Gesicht sehen. Egal wie hässlich es ist. Wie werden die Gefangenen behandelt? Keine einfache Frage. Wir sind vorsichtig und vermeiden körperliche Misshandlungen. Aber bei der Crimson Fleet muss man verdammt aufpassen. Reich ihnen den Finger und sie nehmen die ganze Hand. Und erschlagen dich dann damit. Hm. Tu, was du tun musst. Piraten verdienen keine Gnade. Von der Silla hat sie abgesehen. Du hast versuchen, alles so human wie möglich zu halten. Ja, aber das stimmt auch nur bedingt. Im Endeffekt sind das ruchlose Piraten, die jede Schwäche ausnutzen werden, die man ihnen zeigt. Ist aber natürlich keine exakte Wissenschaft. Das gebe ich zu. Wir haben schon Fehler gemacht. Mit dem Zuckerbrot und der Peitsche. Meine Hauptsorge als leitender Offizier ist, dass wir sie eines Tages wiederholen. Welche Art von Gefangenen kommen in den Rest? Die Zellen, die du hier siehst, sind für Piraten und Kriegsgefangene. Falls du auf deiner Mission Piraten dingfest machst, kommen sie hier hinter Gitter. Was, wenn die Gefangenen versuchen zu fliehen? Welche Verteidigungen haben wir? An der Decke sind mehrere Geschütze. Kennst du Fenrich Bedi? Sie hat sie persönlich kalibriert, damit sie den Bereich auch komplett abdecken. Sie sollten aber wirklich nur in allergrößter Not abgefeuert werden. Wie stehst du zu Commander Icanda? Ist ein guter Mann. Extrem fokussiert, wenn es um die Fleet geht. Aber das heißt nicht, dass ihm seine Crew egal ist. Ich kann dir dazu gerne eine Geschichte erzählen, wenn du willst. Red weiter. Ich hab Zeit. Also, ich bin Workaholic und vergesse öfter mal meine Pausen. Eines Tages sieht mich Commander Icanda im Vorbeigehen am Schreibtisch. Er blickt in mein ausgezerrtes Gesicht und sagt, Ich gehe zur Messe. Wenn du nicht in 15 Minuten bei mir bist, sind deine Dienste auf meinem Schiff nicht mehr erwünscht. Ich wollte protestieren, aber er meinte es todernst. Ich kam mit. Wir aßen zusammen, schwelgten in Erinnerungen und danach war ich wieder taufrisch. An solchen Kleinigkeiten sieht man, dass er aufpasst und sich auch um die Leute kümmert. Nicht nur die Arbeit. Wegtreten. Wegtreten. Okay. Na gut, Leute. Aber ich würde sagen, mit den Piraten. Das machen wir das nächste Mal. Beim nächsten Mal. Na ja. Reden wir dann, wenn wir mit den Piraten reden. Ich danke, wie immer, fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Ich bin wieder die Tiere im Zoo. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Morgen um 21 Uhr kommt die nächste Folge hier von Starfield. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ich sag tschau. Wir sehen uns. Ja, haut rein. Tschüssi. Tschau. Tschau.